Now I'm on the outside Ah, da bist du auch schon? Ja, ich bin hier Okay Ah, jetzt... Warte, wie lang noch? Zehn Sekunden Okay Ich weiß noch nicht, wie viele YouTuber genau da mitmachen, aber... Gut So, geht los. Wo waren wir hin? Okay, ähm... Ja, erstmal würde ich sagen zu Bäumen Also noch da Ähm... Ja, hier Ich hab jetzt schon lange kein Baro mehr gespielt, bin ich echt ein bisschen nervös Ja, ich hab auch nicht... Aber das ist ja nicht so, dass jetzt... Ähm... Halt alle da sind, weil wir sind ja jetzt allein Ja, das ist natürlich etwas entspannter Ja Wir haben damals, ich glaub, mit Kumpels ein Baro gemacht Was ich natürlich gewonnen habe mit meinem Teampartner Ja Aber... War egal Okay, hast du alles? Ja, ich hab alles Okay Würde ich sagen, ab unter die Erde Ja Und nebenbei noch irgendwie Tiere finden Ja, lass mal irgendwie zum Berg oder so gehen, weil... Ich würd jetzt nicht hier so runtergraben Das wäre auffällig Ja Oh Also hier sind doch gar keine Tiere Ne, ich denk mal die wurden schon weggefarmt Ja Ja Ich sollte nicht mehr... Ich geh einfach jetzt ganz normal, lass einfach nicht mehr sprinten, okay? Ja, gute Idee Ja, ansonsten faulen wir noch Zack Also Tiere sind hier echt... Kaum welche Hm... Ne, doch da unten sind Kühe Ah, sehr gut Eine Kuh Ah, da hinten sind schon Höhlen Dort war ein Challenge schon jemand Ausgeleuchtet Oder... Ich weiß nicht, ob das Lava ist Ich komm mal runter Hm... Oh, hier ist ne Klippe Äh, ne Schlucht meine ich Warte Ah, hier ist noch genug Rohstoffe Also hier sollten wir am besten runter irgendwie Ja So, und runter Alter, das ist richtig riskant einfach Ja Ich glaub ich baue mich mal hier irgendwie so ein bisschen Her Nicht, dass ich hier noch runter falle So, ich bin unten So Workbench Zack Alter, ich... Ich könnte da runter springen, aber ich trau mich grad einfach nicht Ja, sicher, sicher Ich hab schon mal das erste Eisen Okay So, sehr gut Oh, ich... Ich hab mich grad... Guck mal, ob da drunter irgendwie so ein Loch ist, wo ich mich grad runter baue Und nicht, dass ich jetzt gleich noch runter falle Warte Ähm... Da wo du dich runter baust, landest du genau auf meiner Workbench Also da ist nichts Okay, sehr gut Das ist richtig riskant grad einfach gewesen Okay So, das erste Eisen haben wir Ich guck grad genug Ja, wir haben neun Eisen schon Okay Okay Kohle So, ich mach mir mal ne Spitzhacke Ich mach dir gleich mal ein... Lohnt sich Eisenschwert oder wollen wir direkt ein Dierschwert holen? Oh Gott, huch Ja, ich würd schon sagen Eisenschwert vor allem für Mobs und so Ja, okay Äh... Ich baue mal hier das Eisen ab, aber wir brauchen dringend Essen, ich hab Hälfte Hunger Ja, ich mach eben kurz das Steak fertig, was ich hier hab Okay So Ja Also Kohle... Können wir auch schon mal mitnehmen, ich geh da eben hin Mhm Oh dieses Wasser Die Stats find ich sehr sinnvoll Tode? Naja, mehr als einen kannst du nicht haben Und danach ist es eh irrelevant Ja Aber bin ich dumm, ich mach ja einfach Eisen und richtig behindert Anstatt dass ich das mit Steinen zubaue, damit die Wasserquelle gestoppt wird, baue ich das mit Eisen zu Ja, wir haben halt genug davon Ach, ich... Ich bin grad richtig dumm, ich wollte ja schon grad mit der Holzspitze körpern Irgendwie werd ich grad mit Eisen zugekleistert und Kohle Also ich hab jetzt gleich, ich hab nur noch dreieinhalb Hunger alt Ja, kannst du den ja aus dem Ofen nehmen Okay Puh Das geht schon echt schnell Ja, ich nehm mal die ganze Kohle hier mit So, wieder hoch Oder ist mal was Aber wenigstens ist das hier nicht so selten wie auf anderen Servern Ja Also die Rohstoffe Ich war mich immer auf einen Server Also dort bin ich halt immer noch, dort ist einfach gar nichts Das ist ja nervig Ja, ich bin ja schon anders gewöhnt Ich bin hier Ja, da, da Oh Ich bring da eben mal was zu essen Okay Ja, ich kann jetzt fast nicht mehr springen Da Okay, danke Also ums Essen müssen wir uns nochmal später kümmern Ja Ich höre ein Skelett Fuck, fuck Wo Ja Da, hinter dir In der Höhle Da Oh Gott Okay Okay, sehr gut Ähm Oh, ich hab nen Bogen, cool Okay Okay, dann lass hier noch das Eisen mitnehmen Und dann vielleicht noch da Nach unten gehen Weil dort geht's halt weiter runter Ja, gute Idee Vielleicht finden wir ja sogar noch John Diaz, was ich nicht glaube Wenn wir schnell genug runtergehen, ja Ich hoffe man wird hier auch gekickt, weil ich sehe hier nichts von Aufnahmezeit Ne, ich auch nicht Aber ich sehe auch oben, wie lange ich aufnehme, sind hier 2, 8 Minuten Ja, dann Haben wir in der nächsten Folge halt erstmal die Diaz Ja So, ich mach Ich mach 2 Eisenschwerter Okay, wo bist du? Hier vorne bei unserem Ofen Ah Okay, ich hab 10 Eisen Ja Ja, lass mal Ah Danke Okay, lass mal Nach unten gehen Okay, ich nehm hier nur eben die Sachen mit Okay Haha Zum Glück ist hier Wasser Mhm So, ich hab nochmal mehr Eisen Gut Also Eisen Also Eisen Ist erstmal ausreichend Mhm Und das Wasser kann weg Oh Okay, ist richtig viel Eisen Ja, also ich glaub Eisen werden wir nicht so streng wieder brauchen Ja Ich hab noch 20 dabei Okay Oh, hier sind Diaz Ja geil Als ob Als ob Wie geil Dann Bin ich mal kurz Ähm So Ja, mach ne Spitzhacke Ja, ich hab genug sogar Ja, ich hab 21 Eisen gerade, Alter Ja, ich hab auch nochmal 23 Zack Dann ist der Ei Fünf Haben wir schon mal die ersten Diaz, ne? Oh, fünf Minuten haben wir noch Ah, drei Diaz haben wir Alter, in der ersten Folge einfach Diaz finden Ah, wir können's halt Ja Okay, ich brenn mal das Eisen So Ich würd sagen, aus den ersten drei Diaz machen wir uns erstmal ne Dia-Pick-Exte nachher Ja Ähm Da können wir nochmal Eisen rein Und dann lass gleich schon mal mit dem Eisen Eisenrüstung, oder? Ja Ja, zum Anfang ist es glaub ich besser Ja, Eisenrüstung ist es eigentlich Wie viel Eisen hast du? Ich hab äh Drei Äh Geschmolzen Vier Und nochmal 22 im Ofen Okay, sehr gut Das heißt, wir können uns jetzt glaub ich schon beide Fast Volle Eisen, ja Ja, ich denk das reicht Ja Okay Also es läuft schon ganz gut für die erste Folge Ja Das einzige was wir noch brauchen ist vielleicht ein bisschen Essen Ja Brauchen wir Obsidian? Ja, für einen Verzauberungstisch Ah, stimmt Ich würd sagen wir machen die Taktik, dass wir alles auf eins verzaubern und dann mit einem Amboss zusammen craften Ja Das bringt am meisten Ja Dann brauchen wir auch erstmal viel Eisen für den Amboss Ja, ich denk das ist nicht das Problem Ja Okay, ich hab schon mal 8, ich mach mir schon mal eine Schissspread Ja, ich auch So Dann brauchen wir jetzt nur noch ein bisschen Essen Ja Aber ich denke das werden wir nicht mehr schaffen Ja, vielleicht noch Ich mach mal eben schon mal ein Buch Ähm, ich mach mal eben kurz ein Buch für einen Verzauberungstisch Okay So Ähm War doch gut, dass ich die Kühe getötet hab Ja So, ein Helm Okay, Schuhe Okay, Schuhe Ah, hier sind noch 9 drin, also Ganz reicht's nicht Ich hab noch 20 drin Okay Was brauchst du noch? Ich hab noch Hose und, äh, Schuhe Und, du hast ja noch Hose und Helm, also ich glaub das reicht Ja Okay, also Für ne Hose auf jeden Fall, Helm auch, so ungefähr Ja, ich hab ja hier jetzt noch 7 bisschen, das heißt wir haben noch 10 über Ja Ja, ich brauch noch 2 Eisen Äh, damit ich halt volle machen kann Ja Dann sieht's doch eigentlich schon mal ganz gut aus Ja Also Okay Hose kann ich schon fast machen Hm Okay Hölle 11 Ja Hier ist Redstone Ja, brauchen wir nicht Oder? Nö, nur später vielleicht irgendwann für ein Level, wenn wir hier Äh, nach der Hölle noch was farmen wollen Wo ist eigentlich das Höllenportal? Weiß ich gar nicht, müsste theoretisch an der Mitte sein Ja, weil da war ja irgendwie so ein Haus, aber da hab ich jetzt auch nicht mehr weiter nachgeguckt Nö, ich auch nicht Okay Fertig gebrannt Hose kann ich mir machen Na, ich jetzt auch Und dann würde ich sagen, bin ich voll Eisen Okay, ich brauch noch Helm, also ich brauch noch 3 Eisen Mhm So, ich nehm mir das mal raus Okay, ich hab schon 4 Level Ja, ich hab 6 Also da läuft das alles mit flüssig Ja Das einzige, was ich nicht machen, äh, haben kann Ist in der Hölle zu sterben Ja Der Schlimmste Das wär richtig ärgerlich Ja Oder ein Fallschein oder so ne Scheiße Oh, wir haben nur noch 30 Sekunden Eisen mal kurz rausnehmen und dann Ja, ich kann mir noch schnell einen Helm machen Bitte lass mich das noch schnell machen können Okay, sehr gut Okay, ich bin voll Eisen Nice Ja, gut Okay, dann warten wir jetzt noch eben ab Zubauen ist ja eigentlich nicht Brauchen wir eigentlich nicht Nö, mit uns rechnet eh keiner Ja Okay 5, 4, 3, 2, 1 Und Tschüss Okay Ja, dann war's eigentlich von der ersten Folge Ja, wir sehen uns in der zweiten Das wird so täglich oder jeden zweiten Tag, denk ich mal, kommen Ja, bis zum nächsten Video und ciao Tschüss